Deutschlands Stadtwerke erwarten eine dauerhafte Verdoppelung der Gas- und Stromtarife für Endkunden. Der Verbund warnt daher vor falschen Hoffnungen auf Preissenkungen. Die Krise sei zwar nicht mehr ganz so dramatisch, aber vorüber sei sie definitiv nicht. Den Vorwurf von Verbraucherschützern, die Stadtwerke verlangten inzwischen Mondpreise, wies der Verbandsvorsitzende der Stadtwerke Liebing zurück. Zugleich kritisierte er Appelle von Experten an Verbraucher, jetzt wieder von Grundversorgern zu Discountern mit Billigtarifen zu wechseln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017